ein guter wie hier ist wieder euer johnny und willkommen zur neuen folge solo queue das micro bisschen näher ran was haben wir denn hier haben wir sogar gerade schön das wieder an zwei an holly monge hier ist okay kann man nichts sagen dann nehme ich das mit rein immer wir gehen auf morgen dann hat koks mikro geht ja bald passt genau außer irgendeiner hat nur 56k ap oder so das wäre natürlich dann weil bei den letzten aufnahmen die muss ich dann in die tonne treten das war ein sehr schöner bg together aber ja wenn da dann noch mal okay da bin ich kamer ab ich kein bock rein zu klatschen ach scheiße jetzt kann ich irgendwas nicht so tun so jetzt kann ich einen morgen okay wir haben so einen pali genau machen pali starten und yes okay ihr habt alle gear oder doch ich habe pali gar nicht geguckt also die kennen morgen glaube ich ich gehe ja das ist schön wenn alle gear haben oh gott das ist natürlich jetzt hart zweimal an holly decay die werden sowieso kleed ohne ende ich möchte das rein ich möchte das rein ich möchte da auch gear gell ich möchte das vielleicht mal aufmachen da alle haben wir dann ich krieg ihn noch Pauli ist da? ne 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 das gibt es hier nicht ich weiß schon, dass ich das Gehen heil ist mein Control nur auf dem ich weniger halb der Mon versterbt ich hab ja noch Bobbicht so ich hätte vielleicht keine Ahnung die TKs sterben nicht das ist so hart der eine überhaupt irgendwas Frost TK der liegt noch nicht so lange äh eins ja ach ja ja we have freedom wirst du sterben wirst du sterben wirst du sterben wirst du sterben ok pist Sounds du im писar weisert die wirst du bauen finals Ok Ein bisschen Stunnen Oh ja, kommt zu mir Bis dann Scheiße Bis dann Jetzt aber Alter Schwede Okay, Alter Wollen wir nur auf die Fresse bekommen Jetzt würde ich sagen Gehen wir auf Parladin Und der hat glaube ich Am wenigsten live Seit dem 90er Der palliert glaube ich Knapp 60 oder so Das war süß so Sollte alles passen Oh 65k Ja Hat wieder Hätte jetzt nicht babbeln müssen Okay Versuchen wir es mit dem WW Mal, ne? Hä? 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 Gut auf die Small Und gut aufs Maul bekommen Ohne der so was machen konnte Ah Ah Oh Was muss ich noch ändern Eins Jeder Ähm Alter Schöne, zieh doch Deck-CDs Der hat 100 Brunnen nix gezogen Da wette ich drum Das sehe ich glaube ich jetzt nicht gerne Ah 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 Die nur noch Mom Ich weiß Okay Ja Stimmt ja richtig Oder der andere Der der keine Death nutzt Slowen Schöne 1 Die sem harmed Oh Großpunkte. Ja, war ganz ordentlich. Also, ja gut, doch bis auf... Doch nicht so ganz, dass sie kippen. Aber die Tage hatte ich mal ein paar gemacht. Da waren sie nur bei 60k. Das ist schon grausam. Ja gut, ich meine, die Zahlen sprechen für sich nur. Wenn man hier mal guckt. 2,4 Millilä. Ja gut, die ganze Zeit irgendwie infight, ne? Also die aktive Schadenszeit. Ja. Spricht Bände. Wobei, der müsste eigentlich mehr machen. Naja gut, okay. Ich sage mir immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video aus dem Team. In diesem Sinne, tschüss.